Ein geheimes Video, darum geht es heute in diesem Sketch Talk Video, zu dem ich euch wie immer herzlich willkommen heiße. Und dieses geheime Video bezieht sich auf ein Video vom Hauptkanal, also vom Zeichenprozesskanal. Dazu erzähle ich euch aber gleich mehr. Zunächst möchte ich euch nochmal kurz ankündigen, was für nächste Woche geplant ist. Ich hatte ja in meinem letzten Sketch Talk Video schon angekündigt, dass ich an zwei neuen Projekten arbeite. Zum einen halt das mit diesem Bildvergrößerung, also wo ich diesen kleinen Hund hatte. Ich habe den hier, das Bild hier. Dazu habe ich ja schon ein bisschen angefangen. Ich habe zumindest schon mal dieses Raster gezogen, aber ich habe die Woche irgendwie noch keine Lust, das Bild zu zeichnen. Ich würde jetzt lieber erstmal noch ein anderes vorziehen. Und da hatte ich ja gesagt, ich möchte dieses Set hier mal ausprobieren mit diesem Pencil Eraser, wie auch immer man das nennt. Das ist dieser Stift mit dem 0,9 Amin und dann noch diesen dreieckigen Radiergummi. Ich dachte, den packen wir jetzt einfach mal aus und gucken uns das mal an, um schon mal vorab zu testen. Sehr gut verklebt. So, das ist also der Stift und noch der Radiogummi und der andere Radiogummi. So, der Stift hier ist übrigens dreieckig. Dadurch soll der wohl irgendwie besser in der Hand liegen. Und der ist auch extrem leicht. Also das ist wirklich wie so ein, eigentlich nur wie so ein Stück Plastik oder so. Wir können den ja mal testen. So, ich hoffe, man sieht es in der Kamera. Also von der Stärke her würde ich jetzt schätzen, dass es vielleicht B oder 2B ist. Nicht zu dunkel, aber auch jetzt nicht zu hell. Also ich denke mal ein ganz guter Mittelton. Und er macht auch relativ breite Striche, was ja auch zu erwarten war bei einer 0,9 Amine. Ja, aber der Radiogummi, also er radiert auf jeden Fall sehr sanft, sehr leicht und es geht auch sehr gut weg. Also ist auf jeden Fall ganz cool, diese Radiogummi. Auch dadurch, dass der halt so dreieckig ist, kann man halt auch zum einen breitflächig radieren. Aber du kannst halt auch recht gezielt nur mit der Spitze radieren. Das finde ich eigentlich auch ganz cool. Das einzige Problem bei diesem Stift hier war nur, dass ich da keine passenden Ersatzminen dazu gefunden habe. Das heißt, wenn diese Minen hier alle sind, dann muss ich gucken. Muss ich mir wahrscheinlich irgendwie bei meinem Internet oder so welche bestellen. Ich weiß gar nicht, wie viele sind denn hier noch mit dazu. Also hier ist halt nur so eine kurze Mine, aber die ist scheinbar gebrochen. Also hier ist wirklich nur eine Mine drin. Toll. Ich hoffe, ich komme damit hin für das Bild. Aber ja, ich denke mal schon. Aber bisher bin ich eigentlich ganz positiv überrascht von diesem Stift. Bin schon gespannt, wie es wird beim Zeichnen. Ich habe jetzt halt noch kein Motiv, was ich zeichnen möchte. Das werde ich mir jetzt ganz entspannt am Sonntag raussuchen. Vielleicht komme ich ja ganz gut voran, sodass ich dann schon Anfang der Woche fertig bin mit dem Bild. Ich werde da jetzt auch nicht ein zu aufwendiges Bild oder so machen, dadurch, dass ich ja nur diesen einen Stift habe. Und ich will auch versuchen, auf Wattestäbchen, Wattepads und so weiter zu verzichten, sondern wirklich nur damit zu zeichnen und auch damit nur zu schattieren. Also dann halt einfach nur mit Schraffuren zu arbeiten und so weiter. So als kleine Herausforderung. So, jetzt kommen wir mal noch zu dem geheimen Video, was ich meine. Und mit dem geheimen Video meine ich eigentlich nur das Video, was eigentlich das Hauptvideo ist für diese Woche auf meinem Zeichenprozesskanal. Denn es ist halt so, ich habe mal in meine Analytics reingeguckt, was ihr jetzt hier auch seht. Die hat ja jeder Kanal. Da kann man halt immer sehen, wann wie viele Zuschauer online sind und so weiter. Und ich habe halt gesehen, dass jetzt zum Sonntag ja schon viele deiner Zuschauer sind zu der Zeit aktiv. Aber ich habe halt gesehen, am Montag sind halt so die meisten Leute aktiv. Und das habe ich auch letzte Woche gemerkt, als ich mein anderes Video hochgeladen habe. Das habe ich erst am Montag fertig gekriegt. Und da habe ich eben erst Montagabend hochgeladen. Und da hatte ich so das Gefühl, da haben relativ viele Leute an dem Abend noch darauf zugegriffen. Und das möchte ich jetzt eigentlich erstmal ein bisschen weiter probieren und mal ein bisschen testen, ob das vielleicht Montag als Uploadtag besser geeignet ist. Ist halt so dieses typische YouTube-Ding, dass man halt immer so ein bisschen auf die Analytics gucken muss. Das ist halt nervig. Aber machen wir uns nichts vor. Jeder, der auf YouTube ist, ich sage mal so, jeder, der dann sagt, nein, ich will überhaupt nicht, dass meine Videos Reichweite bekommen und dass das möglichst viele Leute sehen. Das ist ja eigentlich dann auch, also ich meine, wen macht man da was vor? Wenn man hier schon so viel Aufwand reinsteckt in die Videos, dann willst du natürlich auch, dass das vom Algorithmus so gut wie möglich berücksichtigt wird. Und deshalb will ich das jetzt mal mit Montag testen. Ich habe mir aber überlegt, dadurch, dass das Video halt schon komplett fertig ist und eigentlich ja schon hochgeladen ist, kann ich das auch, also es gibt halt die Funktion, dass man das als privates oder nicht gelistetes Video halt trotzdem schon weiterschicken kann oder dass Leute sich das schon anschauen können. Darum dachte ich mir, ich werde das hier am Ende dieses Videos, werde ich das heutige Hauptvideo schon mal verlinken. Das heißt, wenn ihr Lust habt, könnt ihr euch das schon heute angucken. Das ist halt so der kleine Bonus, sage ich jetzt mal, dafür, dass ihr halt hier auf diesen Zweitkanal immer regelmäßig zuschaut und die Videos guckt. Da habt ihr halt die Möglichkeit, wenn ihr möchtet, das Video jetzt schon zu sehen. Und ansonsten wird das halt für alle dann erst am Montagabend freigeschaltet. Also ihr habt ja letzte Woche schon gesehen, es geht halt darum, wie man einen Zeichenstil sich aneignen kann, wie man einen Stil auf ein neues Foto überträgt. Das habe ich in dem Video mal analysiert. Ansonsten, mein Urlaub ist jetzt nun vorbei. Also das heißt, auf diesem Kanal hier wird es nächste Woche nicht mehr ganz so viele Videos geben. Aber ihr könnt mir ja gerne mal als Feedback in die Kommentare schreiben, ob euch das gefallen hat, dass hier ein paar mehr Videos kamen. Würde mich auf jeden Fall interessieren, ob das vielleicht zu viel war oder ob es zu wenig war. Aber gut, ich will jetzt gar nicht mehr weiter quatschen. Ihr könnt euch jetzt das neue Video, was eigentlich auf dem Zeichenprozess-Hauptkanal erscheint, jetzt schon angucken. Wie gesagt, hier ist es verlinkt. Schaut gerne mal rein, würde mich auf jeden Fall sehr freuen. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Also macht's gut. ... Vielen Dank.